Mittelfeldspieler, verkaffter links außen. Flo und der junge Herbert. Sie dürfen sich von den Rückennummern mancher Spieler nicht irritieren lassen. Hier zum Beispiel Karl Pellmann mit der 9. Er ist in Wirklichkeit rechter Verteidiger. Der Feindes. Hegelwerft die Vox, durchgekommen. Kapellmann. Hain, Außenverteidiger aber. Kapellmann auf dem rechten Flügel jetzt. Simmet. Sehr leichtsinnig, was die Kölner Abwehr, und wenn es schon Kapellmann nicht mehr zu spuchten gelingt, wie in diesem Augenblick. Kapellmann. Kapellmann. An Sielhoff gescheitert. Gebringt Freistoß. Kapellmann. Kapellmann, Anetzer vorbei. Eckbank. Kapellmann. Und fast alle... Lässt Anetzer stehen. Konopka. Kapellmann. Und fast alle Spieler jetzt im Strafraum von Mönchengladbach, ausgenommen Heinkes und Rieber. Kapellmann, Doppelpass. Vorteil gelten lassen, richtig. Und dann... Es wird für ihn auch ein bitteres Gefühl sein. Konopka. Der ersetzt. Mönchengladbach bleibt eingestürt. Kapellmann. Kullmann ist da. Und drin.